Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Hallo, heute bin ich in den tiefen Süden vom Kreis Germersheim gefahren, nach Neuburg. Denn hier soll ein ganz besonderes Tier leben und von dieser Aussichtsplattform aus soll man es mit etwas Glück beobachten können. Also versuchen wir es mal. Kommen Sie doch mit. Schade, leider haben wir heute wohl kein Glück. Ach so, ich habe Ihnen ja noch gar nicht erzählt, nach welchem Tier ich hier überhaupt ausschaue halt. Es ist die europäische Sumpfschildkröte, die einzige in Deutschland natürlich vorkommende Schildkrötenart. Die war früher mal am Rhein ziemlich verbreitet, ist aber inzwischen vom Aussterben bedroht. In den Altrhein-Armen zwischen Neuburgberg und dem Elsass versucht man gerade sie in einem grenzüberschreitenden Naturschutzprojekt wieder anzusiedeln. Und so sieht eine europäische Sumpfschildkröte aus. Enttäuscht? Unter einem ganz besonderen Tier hätten Sie sich schon irgendwie mehr vorgestellt? Aber wann ist eigentlich etwas oder auch jemand was Besonderes? Wie muss man dafür sein oder was muss man dafür tun? Würden Sie eigentlich von sich sagen, dass Sie etwas Besonderes sind? Glauben Sie, dass die Menschen, mit denen Sie in Ihrem Alltag zu tun haben, Sie für jemand Besonderes halten? Und warum eigentlich oder warum nicht? Für Gott ist jeder Mensch jemand Besonderes. Das war eine der wesentlichen Botschaften, die Jesus vorgelebt hat. Ob ein Mensch von seinen Zeitgenossen für jemand Besonderes gehalten wurde, das hat Jesus wenig gekümmert. Er hat sich sogar gerade denen zugewandt, die von ihren Mitmenschen damals wenig Anerkennung bekamen. Gott beurteilt uns nicht nach unserer Leistung, unseren Fehlern oder nach dem äußeren Anschein. Gottes Maßstab ist die Liebe. Das hat Jesus immer wieder betont. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Das war für ihn deshalb die wichtigste Regel. Wenn ich weiß, dass ich selbst für Gott jemand Besonderes bin, dann fällt es mir auch leichter, in meinem Gegenüber den besonderen Menschen zu sehen, den Gott darin zieht. Probieren Sie es doch einfach mal aus. Vielleicht, indem Sie Ihren Tag mit dem kurzen Vers aus Psalm 139 beginnen. Ich danke dir Gott und staune, dass ich so wunderbar geschaffen bin. Ach ja, und falls Sie herausfinden wollen, ob die europäische Sumpfschildkröte nicht doch auch was Besonderes ist, hier in Neuburg gibt es einen zweieinhalb Kilometer langen Rundweg, wo Sie sich darüber informieren können. Angedacht zwischen Rhein und Reben Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim Glockenbezirk Germersheim Glockenbezirk Germersheim Glockenbezirk Germersheim Glockenbezirk Germersheim